Hallo liebe Trader und Traderinnen, herzlich willkommen zur Trading-Wochenanalyse für die Kalenderwoche 34 und zwar für die Handelstage vom 20.8. bis 24.8.2018. Wir wollen wie gewohnt auf die Märkte DAX, S&P, Euro, S-Dollar und Gold hier schauen, ein wenig auf das Big Picture schauen, was könnte hier in der kommenden Handelswoche gegebenenfalls passieren, welche wichtigen Widerstände und Unterstützungen könnten eine tragende Rolle spielen und vor allem auch welche Kerntendenzen könnten in den teilweise doch recht trendig laufenden Märkten hier gegebenenfalls in der kommenden Woche eintreten. Wir schauen auf die Wirtschaftskennzahlen, wir schauen auf die aktuell negative Korrelation zwischen DAX und S&P, also wir haben da so einiges zu besprechen in den nächsten Minuten. Wie gewohnt unterhalb dieses Videos in der Videobeschreibung findet ihr dann auch zusätzlich nochmal die Märkte aufgelistet, dahinter eine Zeitangabe, also wer sich hier zum Beispiel nicht den DAX und den S&P als Analyse anhören möchte, sondern nur vielleicht den Euro, S-Dollar, der kann unten in der Videobeschreibung entsprechend auf die Zeit hinter dem Euro, S-Dollar dann zum Beispiel klicken und dann landet ihr im Video direkt hier bei der entsprechenden Analyse für den Euro, S-Dollar. Wie gewohnt vorab auch der Risikohinweis, lest euch diesen bitte durch, achtet grundsätzlich darauf, dass ihr mit Stops arbeitet, dass ihr die Positionsgröße entsprechend an euer Konto anpasst, dass ihr all das, was ich hier sage, an Ideen formuliere, an Setups formuliere, definitiv nicht als Handelsempfehlung wertet, sondern lediglich als kleine Informationsquelle zusätzlich zu eurem eigenen Trading, zu euren eigenen Analysen. Und wenn ihr weitere Fragen zum Trading oder zum Broker habt, dann natürlich auf der Website von jfdbrokers.com. Hier könnt ihr noch diverse Fragen zum Trading oder natürlich auch zum Broker beantwortet bekommen. Und wir starten erstmal, bevor wir hier auf den DAX bzw. auf diese aktuell negative Korrelation zwischen DAX und S&P, die da auch meiner Meinung nach sehr, sehr wichtig ist, in den Handel auf jeden Fall im Hinterkopf mit einfließen zu lassen. Schauen wir hier erstmal ganz kurz auf die Wirtschaftskennzahlen für die kommende Handelswoche hier wieder auf der Seite von Finanzen.net, wo ich ja dann grundsätzlich immer nachschaue. Ich suche mir dann nur Zahlen raus, die eine Relevanz mit drei Sternen haben. Also man sieht, man kann das hier oben sortieren, nur drei Sterne Relevanz. Und selbst diese Wirtschaftskennzahlen sind meistens nicht so volatilitätsfördernd, dass sie hier in irgendeiner Art und Weise interessant sind. Nichtsdestotrotz sollte man bei den entsprechenden Uhrzeiten, die hier oder wo diese Zahlen rauskommen, schon ein bisschen vorsichtig sein. Gerade was für mich jetzt hier als DAX, S&P, Euro und Goldhändler gegebenenfalls wichtig sein kann, auf jeden Fall der Mittwoch hier um 20 Uhr, FOMC-Protokoll, dann eben auch ab Donnerstag und Freitag Jackson Hole Symposium. Da geht es kernmäßig auch um eben Zentralbanken, um eventuell auch Zinspolitik hier eben übergreifend auch über die USA hinaus. Aber grundsätzlich, das ist natürlich trotzdem wichtig. Da könnte eben auch die ein oder andere Bewegung vielleicht entstehen und dann am Donnerstag um 13.30 Uhr nochmal EZB-Accounts. Da könnte hier gerade im DAX eventuell so ein bisschen Bewegung kommen, Euro, US-Dollar auch. Aber das sind auf jeden Fall Zahlen, wo man so ein bisschen vorher vorsichtig sein sollte. Vielleicht nicht drei, vier Minuten vorher unbedingt eine Position eingehen und sich dann wundern, dass auf einmal so ein Zucken des Marktes kommt und man wird hier vielleicht im Stopp ausgelöst, obwohl man das vielleicht gar nicht wollte oder die Kerntendenz dann eben trotzdem ja vielleicht richtig war. Also das sind so Kernzahlen, wo ich dann selbst persönlich darauf achte, dass ich hier eben nicht zwingend vorher da irgendwie Gleichpositionen eingehe, sondern erst mal schaue, was passiert hier eventuell an den Märkten. Das klicken wir zurück und ich habe heute mal eine Grafik vorbereitet hier im Vergleich der DAX zum S&P. Das ist jetzt hier zwar grundlegend der Future, der miteinander verglichen wird, also nicht die CFD-Indikation, die aber vom Kerngedanken hier dieser Grafik natürlich völlig gleich läuft. Wir haben hier den CFD auf den S&P und auf den DAX und hier ist eben der Future der entsprechenden Märkte miteinander verglichen. Und die Kernaussage dieser Grafik sollte eben grundsätzlich sein, vergleicht mal diese Pfeile, diese verschiedenfarbigen Pfeile miteinander, dann werdet ihr sehen, dass hier erstmal orange beide Märkte, oben ist ja der DAX, unten ist der S&P, beide Märkte aufwärts tendieren. Dann hier schon mal das erste Mal der DAX Schwäche zeigt und der S&P in dieser Phase mehr oder weniger seitwärts tendiert. Dann zeigt wieder S&P und DAX grundsätzlich dunkelgrün nach oben. Dann der S&P wieder stärker als der DAX, der DAX seitwärts. Dann hier eben diese Abwärtstendenz im DAX etwas ausgeprägter im Grundkern vergleicht hier die Tiefs miteinander als eben der S&P. Dann wieder beide Märkte grundsätzlich leicht aufwärts tendieren. Also vergleicht das mal gerne, auch das Video vielleicht kurz auf Pause klicken, vergleicht das nochmal miteinander, schaut hier mal entsprechend auch die Tief- und Hochpunkte miteinander verglichen. Und es fällt grundsätzlich auf, dass der S&P immer in irgendeiner Art und Weise stärker ist oder in den meisten Fällen stärker ist als der DAX. Also das fällt auch grundsätzlich auf, dass wenn der DAX fällt, meistens der S&P eine Seitwärtsphase ausbildet. Und das ist hier eben am Ende dieser schwarze Pfeil auch aktuell der Fall. Und uns interessiert ja grundsätzlich nicht, was irgendwie vor zwei Jahren passiert ist. Wir sind ja hier und wollen für die kommende Handelswoche irgendwo Gedanken uns machen, was an den Märkten passieren kann. Und da ist eben, was ich in den letzten Livestreams, auch in der letzten oder in den letzten Trading-Wochenanalysen immer wieder erwähnt habe, man muss jetzt aktuell so ein bisschen drauf schauen. Wir vergleichen ja gerne auch DAX und S&P miteinander. Und das ist ja grundlegend auch so, wenn man sich diese Grafik hier anschaut, ist es eben auch in den meisten Fällen so, dass die Kerntendenzen der Märkte gleich sind. Das sind zwei Indizes, zwar hier US-Indize und deutscher Indize, aber grundsätzlich sind die Kerntendenzen gleich. Nur aktuell haben wir wieder so leichte Abweichungen, sozusagen eine negative Korrelation, denn der DAX fällt und der S&P läuft mehr oder weniger seitwärts. Er ist sehr, sehr stark seitwärts. Wir sind auf sehr, sehr hohem Niveau im Vergleich zu den Allzeithochs. Und der DAX ist hier grundlegend, wir kennen das aus der vergangenen und vorletzten Handelswoche, wir sind eben doch teilweise recht stark nach unten fallend und der S&P ist teilweise recht gut nach oben laufend. Aber was hier eben auch im Detail auffällt, ist, wenn der DAX eben etwas stärker abgibt, also die Tage, die wirklich nach unten richtig stark gepusht haben, sind dann auch Tage, wo der US-Markt dann auch abgibt, zwar nicht in diesem Maße und auf einem ganz anderen Niveau, aber wenn eben der deutsche Markt abgibt, dann muss der S&P wenigstens etwas mitspielen. Und das ist das, was zum Beispiel am vergangenen Donnerstag dazu führte, dass ich den DAX eben nicht gehandelt habe, den kompletten Tag nicht, weil eigentlich das Chartbild, das sehen wir hier ganz eindeutig, im DAX abwärts tendierend ist. Wir sind hier nach unten laufend und der S&P ist grundsätzlich nach oben laufend. Und ich hatte hier am Donnerstag dann gesehen, dass der S&P schon wieder gut nach oben drückt und eben der klassische Abwärtstrend hier somit am Donnerstag im DAX von meiner Seite nicht gehandelt wurde. Und das war grundsätzlich auch nicht die schlechteste Idee, hier eben dann nicht zu handeln. Aber das sollten wir auf jeden Fall, und das ist ein Kernpunkt auch der kommenden Woche, was hier berücksichtigt werden sollte. Wir haben jetzt hier den DAX auf dem 4-Stunden-Chart und wir sehen hier, dass der Markt, ich nehme auch mein Zeichenwerkzeug wieder dazu, dass der Markt grundsätzlich sauber am Abwärtslaufen ist. Also wir haben hier eine Abwärtswelle, eine Erholung, eine Abwärtswelle, eine Erholung, eine Abwärtswelle und stecken gegebenenfalls hier aktuell wieder in einer Erholung. Und es ist nicht auszuschließen, dass wir ganz charttechnisch sauber hier eventuell weiter auf der Abwärtsseite laufen. Aber, und das ist der Kern der Grafik von eben, wir müssen etwas verstärkter, oder ich werde etwas verstärkter auf den S&P schauen. Denn es ist, wie gesagt, gerade in diesen Abwärtsbewegungen hier so gewesen, dass der S&P zwar stark ist, aber an den Tagen, wo es abwärts ging, auch dort in irgendeiner Art und Weise negative Bewegungen nach unten stattgefunden haben. Teilweise sogar mit Momentum. Der Unterschied zwischen S&P, und das ist natürlich auch gleich in der S&P-Analyse wichtig, der Unterschied ist, dass die Erholungen, nachdem der Markt, wir hatten zum Beispiel vergangene Handelswoche den Rutsch auf 2.800 runter und relativ zügig, innerhalb weniger Stunden fast, hatten wir das Niveau, was der S&P im Prinzip nach unten gefahren hat, hatten wir im S&P relativ schnell wieder aufgeholt. Und dann schlussendlich sogar eben ist der Markt schon weiter nach oben gelaufen. Also diese Erholungsphasen sind schlussendlich im S&P einfach viel eindeutiger, viel sauberer und wir sind eben immer wieder auf dem Weg nach oben. Wir haben eben schlussendlich einen Aufwärtstrend und im DAX einen Abwärtstrend. Was da bedeutet, dass es eine Überlegung ist, wenn man denn die Indizes long handeln möchte, dass man das gegebenenfalls in den US-Indizes macht, was ich teilweise auch mit dem Dow Jones dann vergangene Handelswoche gemacht habe. Und wenn man die Abwärtsseite handelt, dann gegebenenfalls das im DAX, weil der eben aktuell auf der Abwärtsseite etwas stärker pusht und die US-Märkte entsprechend auf der Aufwärtsseite etwas stärker pushen. Also man kann hier diverse Überlegungen jetzt fahren. Auch war es vergangene Handelswoche so, dass ich dann eine Überlegung hier im DAX mal eben etwas kurzfristigerer Natur kundgetan habe. Eine kleine Long-Überlegung im DAX, weil einfach der S&P sehr extrem stark auf der Aufwärtsseite war und der DAX eben leider oder noch zu diesem Zeitpunkt mehr auf der Stelle trat, sogar leichte negative Tendenzen zeigte und dadurch, dass der US-Markt extrem stark war, es hier eine Überlegung war, einfach den DAX zu kaufen mit dem Ziel von 50 Punkten und das hat auch wunderbar funktioniert. Also man hat hier schon gewisse Möglichkeiten im Vergleich der Märkte, im vorsichtigen Vergleich der Märkte, dann auch mal antizyklisch die Aufwärtsseite zu handeln oder eben, wie ich es gerade sagte, primär die Abwärtsseite. Und das sollte für die kommende Handelswoche auch unterhalb im DAX in etwa so 300 bis 350. Wir müssen hier in der Big-Picture-Analyse diesen Bereich, diesen für mich wichtigen Widerstandsbereich schon so leicht höher ziehen, weil natürlich im großen Bild über die komplette Handelswoche es auch sein kann, dass wir mal so ein Stück weit höher laufen. Aber grundlegend sollte sich eigentlich der DAX jetzt hier, wir sind ja schon quasi in einer leichten Erholungsphase drin, wir haben hier sogar zum Freitag nochmal den 130er-Bereich fast punktgenau getestet, also wenn man es ganz genau nimmt, haben wir sogar hier unten so einen kleinen, minimalen doppelten Boden. Und dieser 130er-Bereich, der ist schlussendlich sowieso extrem wichtig, weil wir diesen hier Ende Juni, Anfang Juli schon mal dreifach, fast punktgenau getestet haben. Wir sind einmal hier ein Stück tiefer gelaufen, aber dieser Bereich schlussendlich, den hatten wir auch als Unterstützungsbereich sowieso schon auf dem Schirm für diese Woche oder für die vergangene Handelswoche und der ist natürlich weiterhin sehr, sehr wichtig und ein Rutsch, ein erneuter Rutsch nach unten. Hier eine Überlegung unterhalb von 300, 350, also so leichte Erholungstendenzen könnten hier oben nach oben durchaus noch stattfinden. Wir haben hier auch aus der vergangenen Handelswoche noch so ein Tief im Bereich 300, also so eine leichte Erholung kann ruhig noch stattfinden. Schartechnisch wäre das völlig sauber, um dann eben hier wieder grundsätzlich die Abwärtsseite einzunehmen. Aber es ist hier durchaus denkbar, umso näher wir erneut der 130 kommen und das wäre hier auch für die kommende Handelswoche eine meiner Überlegungen. Dann hier mal schauen, wo wir hier eben Einstiegssetup finden. Das hängt natürlich im Detail dann auch immer ab, wo sind die Tageseröffnungskurse, wo sind eben wichtige Schlusskursbereiche und so weiter. Ihr kennt das aus den täglichen Livestreams, dass ich natürlich jetzt hier nicht in der Trading-Wochenanalyse, wo es um das Big Picture geht, die exakte Bereiche sagen kann, wo ich jetzt irgendwie Montag, Dienstag oder Mittwoch verkaufe oder kaufen möchte. Das ist völlig klar, denke ich, aber grundlegend will ich hier erstmal kernmäßig Abwärtssendenzen oder Abwärts-Trades, Abwärts-Setups suchen. Und es wäre dann eine Überlegung hier zum Beispiel eben kurz vor der 130, vor einem eventuellen Break nach unten, das sogenannte Antizipieren eines Ausbruchs, also der Einstieg dann schon vorher, weil eben so Ausbrüche, wenn sie stattfinden, oft auch sehr, sehr schnell gehen und man dann oft wenig Chancen hat, hier noch reinzukommen, wäre es eine Überlegung hier zum Beispiel kurz vor der 130 eventuell eben so einen Ausbruch nach unten zu antizipieren, denn wir haben eine recht gute Chance und das sind dann schlussendlich immerhin um die in etwa, Moment, ziehen wir das mal ein Stück weit zusammen, ich habe jetzt hier unten noch gar nicht die Unterstützung drin liegen, sehe ich gerade, werden wir das mal kurz tun. Wir haben hier so den 12.000, eigentlich ist es wirklich knapp oberhalb von 12.000, das nächste Unterstützungsniveau, aber man kann hier durchaus auch mit dem 12.000er Bereich arbeiten. Ja, ich lege den auch mal an mit dem kleinen Mini-Hinterkopf, im Hinterkopf, dass eigentlich der Kernwiderstand kurz vor 12.000 liegt, aber man kann natürlich hier als nächsten Schritt mit der 12.000 arbeiten und dann seht ihr hier unten, dass wir dann eigentlich schon fast im 11.800er Bereich erst das nächste Kernunterstützungsniveau haben, also wenn es hier dann etwas tiefer, Moment, nein, das ist dann die 900, knapp unter 900 ist das nächste Niveau, was dann wichtig wird und was durchaus auch mit etwas Momentum, wenn wir hier diese Schritte auf der Abwärtsseite immer sehen und diesen Schritt dann einfach nochmal ganz simpel gesagt hier, ja, wenn man sich diesen ersten Schritt auf der Abwärtsseite anschaut, den zweiten großen Schritt auf der Abwärtsseite und den dritten großen Schritt auf der Abwärtsseite, wenn man jetzt hier den vierten großen Schritt auf der Abwärtsseite ansetzt in etwa, ist einfach auch der 12.000er Bereich realistisch und natürlich auch der 11.900er. Also das wäre für die kommende Handelswoche schon durchaus denkbar, auch mit dem Gedanken, dass wir diese Bewegungen hier aus dem aktuellen Kursbereich auch in der Vergangenheit teilweise relativ zügig, relativ schnell auch mit Momentum immer mal vollzogen haben, was eben auch ganz gerne in der Zukunft dafür spricht, dass wir solche Bewegungen aus diesem Bereich nach unten auch eventuell mit Momentum ausbauen können und das wäre ja schlussendlich einfach nur eine ähnliche Bewegung, wie wir sie in der Vergangenheit hatten und übergeordnet, denke ich, ist klar, dass wir hier erstmal so ein bisschen den Short-Vorteil haben und das eben auf kleiner Ebene jetzt hier eben unterhalb des 300-350er Widerstandsniveaus. Sollten wir allerdings jetzt dort drüber laufen, ja auf dem großen Bild, wie wir es jetzt hier sehen, ist ja der 300- bis 350er Bereich in etwa hier, sollten wir jetzt da drüber laufen und hier wieder Stärke finden, dann müssen wir mal gucken, dass sich hier die Erholung eventuell in den 500-550er Bereich weiter eben fortsetzt, dass wir hier doch ein bisschen Stärke sehen, was mir persönlich, das muss man sich dann ganz genau angucken, also ich gehe fast davon aus, wenn der S&P weiter so stark bleibt, wenn der S&P weiter in Richtung der 2863 läuft, was die aktuellen Bewegungshochs sind, wo wir schon mehrfach den Test haben, wenn wir dort hinlaufen, ist es auch, denke ich, relativ wahrscheinlich, dass wir die 2863 im S&P nach oben durchschreiten und da wir im 2880er Bereich die Allzeithochs haben, ist der Weg natürlich im S&P sehr, sehr verführerisch dort hinzulaufen und ich denke, wenn der S&P diese Stärke zeigt, diese enorme Stärke zeigt, dann kann sich der DAX dagegen nicht wehren. Dann sollte es hier durchaus dieses Unterstützungsniveau von 130 und vielleicht sehen wir vorher auch nochmal den Schritt Richtung 12.000, aber grundsätzlich sollte sich der DAX dann dieser enormen Stärke der US-Indizes nicht entziehen können und weiter nach oben laufen. Sollten wir vorher Richtung 12.000 laufen, muss man natürlich dann dieses Kernwiderstand, diesen Kernwiderstandsniveau nach unten etwas anpassen. Aus aktueller Sicht wäre es dann denkbar, dass wir über 350 gehen und dann auch die Aufwärtsseite Richtung 500, 550, 600, das sind die ganzen Widerstandsbereiche, mit denen wir in den vergangenen Wochen gearbeitet haben, dann natürlich ebenfalls denkbar ist, ebenfalls möglich sind. Also 300, 350 Richtungsentscheidung, 12.000, 11.900 auf der Abwärtsseite denkbar und oberhalb von 350 dann hier sogar auch im DAX wieder vorsichtig die Aufwärtsseite. Und wir switchen eben zu dem eben schon öfters angesprochenen S&P, der eben in der vergangenen Handelswoche zwar auch sehr, sehr shoppy grundsätzlich war. Wir hatten, was man hier in der CFD-Indikation nicht sieht, diverse Gaps in der Hauptsession. Also die Hauptsession startet ja um 15.30 Uhr und geht grob bis 22 Uhr. In dieser Hauptsession oder im Prinzip, wenn man nur den Handel dieser Hauptsession betrachtet, hatten wir diverse Gaps. Wir hatten grundsätzlich, man sieht das ja hier, dass der S&P doch auch eben mal stark, was ich gerade sagte, mal zwischenzeitlich Gas nach unten gab, dass wir hier eben, nachdem wir so ein bisschen hin und her liefen, auch mal mit Momentum mal kurz die Abwärtsseite ausgebaut haben, Richtung 2800, wo wir im Dow Jones auch schön eine Abwärtsbewegung mitnehmen konnten, weil an diesem Tag das fast auf der Hand lag, dass die Möglichkeit hier besteht. Wir hatten das live gehandelt. Ich hatte das auch erklärt, warum, weshalb, wieso. Ich genau nur an diesem Tag die Abwärtsseite handle und an anderen Tagen eben mehr die Aufwärtsseite. Und dann kam aber, was ich gerade sagte, dann kam hier im S&P die Stärke so schnell zurück. Wir sind hier so schnell wieder über 2825 gelaufen, sind dann relativ zügig sogar sofort hier in dieses nächste Widerstandsniveau 2845 gelaufen und sind schlussendlich zum Wochenschluss sogar über diesen Bereich hier zum Halten gekommen und haben hier oben auf diesem sehr, sehr starken Niveauverhältnis der Woche auch eben den Schlusskurs gefunden. Und wir sehen, dass das hier schlussendlich, ja, der DAX, der dümpelt irgendwie unten rum. Er hat diese Abwärtsbewegung in voller Gänze mitgenommen, ja, in ähnlicher Bewegungsamplitude und ist jetzt hier eben nur in dieser Erholung mit Abstand nicht eben mitgelaufen, was wir hier schlussendlich im S&P hatten. Sprich, der DAX, grundsätzlich, wir hatten das eben gezeigt, der ist abwärts tendierend und der S&P sauber aufwärts tendierend, ja, also eine negative Korrelation. Somit ist natürlich hier etwas klarer, die Aufwärtsseite zu handeln. Und es ist hier durchaus realistisch, dass wir zum einen, was ich eben sagte, diese 2863, 2862 hier oben, dass wir diesen Bereich, wo wir quasi so einen kleinen Deckel drauf haben, weil dieser Bereich hier schon dreifach, wir sind ja auf einem 4-Stunden-Chart, also dieser Bereich wirklich auf einer längeren, im Daytrading, längeren Zeitspanne hier mehrmals angelaufen wurde und auch solch Bereiche halt ganz gerne zum einen natürlich so ein bisschen magnetischer Natur wirken, also zum einen, es erst mal als realistisches Ziel denkbar ist, dass wir dort ranlaufen, vielleicht auch kurzzeitig nochmal eine kleine Reaktion in diesem Bereich sehen, aber schlussendlich es eigentlich dazu führen sollte, dass dieser Bereich hier so ein bisschen zu nochmal einem, so einer Art Domino-Effekt führt, also dass sich hier gewisse Stop-Orders, gewisse Breakout-Orders, die hier oben liegen, dazu führen, dass der Markt nochmal so ein bisschen Schmackes bekommt. Und wie gesagt, dann ist es hier im S&P eben nicht mehr weit zu den Allzeithochs. Das ist schon nicht ganz der nächste Strich, wir ziehen das mal so ein Stück zusammen, doch, das ist der nächste Strich hier, sogar in dieser Indikation hier, 2,877 in etwa, dann ist da natürlich jetzt aus dem Bereich 50 nicht mehr so viel Puffer. Und da ist es durchaus realistisch, wenn wir uns vor allem diese letzte Bewegung hier anschauen, aus dem 2,8-Bereich innerhalb von zweieinhalb Tagen mehr oder weniger in die 2,850. Also 50 Punkte innerhalb von wenigen, also klar, wenigen Stunden hier im S&P, dann sind natürlich diese 26 Punkte in Richtung der Allzeithochs eigentlich kein Hindernis mehr. Und wir hatten das in den vergangenen Wochen immer schon gesagt, dass wir eben weiterhin Aufwärtssendenzen haben, dass die entsprechenden Unterstützungsniveaus auch sehr gut unterstützend wirken und es jetzt eben weiter definitiv hier aufwärts technisch unterwegs ist. Und wenn man sich das jetzt detailliert anschaut, Moment, ich schiebe das nochmal zusammen, wenn wir uns das detailliert anschauen, sollte jetzt erstmal auf kurzfristiger Ebene, was dann für den Montag aussprechen sollte und was eigentlich grundsätzlich dann gegen Short-Orders im DAX spricht, solange der S&P oberhalb von diesem 2.845-Bereich bleibt. Sollte hier der S&P weiter aufwärts tendierend sein, klares Indiz dafür eben hier Long-Szenarien von meiner Seite aus zu suchen, sollten wir da runterrutschen, ist natürlich dieses Aufwärtsbild hier nicht gebrochen, aber ein Rutsch unter 2.845 würde eventuell dazu führen, dass ich mein grünes Licht persönlich kriege, um dann eben den DAX zu handeln, weil es natürlich sein kann, dass wir hier auch noch so ein bisschen mal abwärts tendieren, wie wir wissen, wenn so ein bisschen Abwärtssendenzen schon im S&P aufkommen, das zu interessanten Bewegungen im DAX führen könnte. Also ist das jetzt erstmal grundsätzlich hier eine Idee dann für den DAX, für den S&P, der sollte erstmal oberhalb dieses Bereiches bleiben, beziehungsweise etwas mittelfristiger gesehen, sollte er sich weiterhin hier unter dieser, oberhalb dieser 30 in etwa, wir hatten vergangene Handelswoche, hatten wir noch den Bereich 2.825 beziehungsweise zwischenzeitlich auch den 2.800, 2.800, ja auch 2.800er Bereich, hier jetzt interessant, aber grundsätzlich sollte jetzt hier erstmal der Markt darüber bleiben, um weiter die Aufwärtstendenzen zu suchen, sprich selbst wenn er hier runterrutscht, gucke ich hier an etwas stärkeren Unterstützungsniveaus eben weiterhin die Aufwärtsseite zu handeln und die Abwärtsseite wird eigentlich erst so richtig nochmals interessant oder wieder interessant, ähnlich wie es dann hier unterhalb 2.825 war in Richtung 2.800, nochmals genau in diesem Punkt, also wenn jetzt hier, da können wir den Pfeil ein bisschen roter machen, wenn 2.825 erneut nach unten durchschritten wird, dann wären hier erneute Abwärtsgedanken denkbar und dann vor allem wäre es auch denkbar, dass wir diese 2.825 dann endlich mal nach unten wieder durchschreiten und hier vielleicht die Konsolidierung, bevor wir hier neue Kernbewegungen auf der Aufwärtsseite aufbauen, also neue Allzeithochs oder eben hier einfach eine schartechnische Gegenbewegung, dann vielleicht ein Hauch stärker wird. Und wenn wir uns das Bild abschließend, bevor wir zum Euro-S-Dollar kommen, dieses Aufwärtsbild hier anschauen und diese großen Schwünge uns anschauen, die hier eben in dieser Aufwärtsseite oder bei dieser Aufwärtsseite stattfinden, dann ist das hier mehr oder weniger eigentlich der letzte große Schritt. Dann wäre selbst ein Unterschreiten der 2.8 nochmals in Richtung 2.780. Selbst ein Rücklauf in 2.740 wäre ja hier übergeordnet nicht schlimm, um dann den nächsten Schritt nach oben zu vollziehen. Und das wäre so der Gedanke, solange wir oberhalb von 2.825 bleiben, ist es denkbar, dass diese kleine Gegenbewegung es jetzt erstmal war und wir sofort in Richtung der Allzeithochs laufen. Sollte dieser Bereich allerdings nach unten durchschritten werden, dann wird das Szenario nach unten leicht wahrscheinlicher und ich würde mir dann auch mal überlegen, hier entsprechende Short-Überlegungen in Richtung der nächsten Unterstützungsniveaus zu handeln. Das jetzt zum S&P, willkommen zum Euro-US-Dollar, der erstmal vergangene Handelswoche weiter in unserer angepeilten Abwärtsrichtung pushte, aber zum Ende der Handelswoche dann wieder so ein bisschen Stärke fand, aber grundsätzlich erstmal das nächste Unterstützungsniveau hier sehr, sehr sauber, nachdem der Markt erstmal, wir sehen, dass hier wirklich exakt den Widerstandsbereich, vorher Unterstützungsbereich im Bereich 14.30, hier, Moment, erstmal den Pfeil wieder ein Stück dünner machen, nochmal kurzzeitig sich erholte, aus diesem Bereich relativ sauber, erstmal kurzzeitig auch reagierte an der 13.30, dann sogar ein Stück weit tiefer ging in Richtung 13, um dann eben erneut in diesen Widerstandsbereich zurückzulaufen. Hier kam auf kleiner Zeitebene auch nochmal ein kleines Widerstands, eine kleine Widerstandsbewegung, die man jetzt hier auf dem großen Bild in dieser Art und Weise gar nicht sieht und wir haben schlussendlich leicht höher geschlossen, als die vergangene Handelswoche geschlossen hat. Sprich, wir hatten erstmal hier schöne Tendenzen auf der Abwärtsseite, also man konnte in das nächste Unterstützungsniveau hier diverse Trades recht gut umsetzen und dann kam eben erstmal die Stärke zurück. Was jetzt kurzfristiger Natur durchaus dazu führen kann und das würde ich jetzt auch erstmal für den Montag mir anschauen, dass wir vielleicht weiter Stärke bekommen, denn wenn wir uns das große Bild anschauen und wir wissen ja, Schartechnik, das ist irgendwie grundsätzlich gar nicht so verkehrt, wir haben diese letzte Kernbewegung, wir haben dann diese Seitwärtszone immer wieder besprochen, die wir hier grundsätzlich hatten, als eine Erholungsphase oder beziehungsweise als eine Seitwärtserholungsphase und wir hatten dann hier erstmal den Anfang einer neuen Trendbewegung und wenn jetzt diese Erholung, die jetzt hier gerade stattfindet, im Endeffekt wurde dieser Bereich 14,30 mit der Erholung Anfang der vergangenen Handelswoche abgearbeitet und jetzt kam das nächste Unterstützungsniveau, jetzt kam wieder so ein bisschen Stärke rein, was jetzt durchaus dazu führen kann, dass einfach das große Bild, das große Bild jetzt hier fortgesetzt wird und der Markt in Richtung des Kernausbruchsniveaus 15,30 zurückläuft, um dann die nächste größere Welle aus diesem Bereich hier nach unten zu fahren. Das wäre jetzt erstmal auch so der Masterplan für die kommende Handelswoche, dass das vielleicht in dieser Art und Weise umgesetzt wird, somit würde ich es erstmal versuchen, wohlgemerkt immer dessen, Ihr wisst, wenn eben Trading-Ideen, wenn ich jetzt hier gleich sage, ich persönlich würde vielleicht sogar kommende Handelswoche mal vorsichtig hier Richtung Norden handeln, Richtung 15,30 handeln, das ist einfach versuchen, und wenn ein, zwei Überlegungen auf der Aufwärtsseite hier, ob es aggressiver Natur oder defensiver Natur ist, das müsste man sich dann nochmal detailliert anschauen, wenn das einfach nicht funktioniert, wenn ich merke, okay, ich bekomme meinen Stopp um die Ohren oder mache nur Break-Even-Trades draus, ja, dann lässt man es wieder sein, dann ist wahrscheinlich die Aufwärtsseite hier vielleicht sehr, sehr schleppend, dann funktioniert das nicht so, dann warte ich natürlich kernmäßig, dass ich hier Einstiegs-Setups auf der Abwärtsseite bekomme, aber durchaus bin ich gewillt, solange wir oberhalb von 14,30 bleiben, erstmal vorsichtig, nicht nur an die 15,30, sondern wir haben ja auch noch so kleine Tiefpunkte, knapp da drunter im Bereich, ganz knapp oberhalb von 15, also ich würde hier vielleicht sogar schon so den 15,10er-Bereich annehmen und nicht den 15,30er-Bereich, wobei das nur eine detaillierte Anpassung des Ganzen ist und solange wir, wie gesagt, oberhalb von 14,30 ist es denkbar, in Richtung 15,10, 15,30 zu handeln, immerhin 100 Pips, die hier eben vielleicht zu einem einen oder anderen kleineren Gewinn führen können, sollten wir jedoch wieder unterhalb von 14,30 landen und was ja durchaus sehr, sehr schnell passieren kann, das kann theoretisch sogar direkt mit dem Eröffnungskurs, im Prinzip Sonntagnacht bzw. Montag hier passieren, dann ist weiterhin die Abwärtsseite interessant und dann ist es durchaus auch denkbar, dass wir relativ zügig sogar hier die Kernabwärtsbewegung wieder aufnehmen, relativ zügig in Richtung 13,30 rutschen bzw. neue Bewegungstiefs ausbauen können. Also ist eigentlich die Kernrichtung abwärts und nur zwischen 14,30 und 15,30, Pi mal Daumen hier vielleicht vorsichtig, mal antizyklisch die Aufwärtsseite denkbar und wenn wir oberhalb von 15,30 wieder sind und uns da auch nachhaltig halten, dann müsste man sich die ganze Situation nochmal neu anschauen, weil dann sind wir wieder in diesem großen Schiebezonenbereich drin, der eben auch in der Vergangenheit, Moment, wo ist meine Maus hier, der in der Vergangenheit dann auch zu einer enormen, zu einer enormen Aggressivität, zu einem enormen Aggressivitätsrücklauf meinerseits bezüglich Handels oder Handlungen eben führte, also ich habe in dieser Seitwärtsphase enorm wenig gehandelt und wenn wir jetzt hier wieder zurücklaufen, sind wir ja wieder in dieser Schiebezone drin und dann müsste man sich das Bild überhaupt nochmal neu anschauen, ob einfach die Erholung hier sich einfach nur so ein Stückchen weiter fortsetzt und dann müsste man gucken, wo man hier eventuell noch handeln kann, dann wieder in dieser Schiebezone. Aber grundsätzlich, wie gesagt, ist es hier nicht auszuschließen, dass wir im Euro-S-Dollar weiter nach unten rutschen und die entsprechenden Überlegungen dazu habt ihr. Gold, Gold abschließend, hier der Blick auf unser Liebesgold, was trendmäßig sehr, sehr sauber, sehr, sehr schön und ich hatte das auch in der vergangenen Handelswoche eben angesprochen, wir sind sauber im Abwärtstrend. Es ist nicht auszuschließen, dass Gold weitere Tiefs ausbaut. Dass es so tief die Tiefs ausbaut, hätte ich persönlich auch nicht gedacht, aber es tut ja auch nichts zur Sache, denn ich hatte ja gesagt, dass ich unterhalb bestimmter Bereiche nicht kaufen wollen würde und eben zugegebenermaßen auch nicht davon ausging, dass Gold innerhalb dieser Handelswoche mal kurz nochmals 40 Dollar auf der Abwärtsseite und wenn es auch nur zwischenzeitlich kurz war, eben ausbaut. Aber wir sind aus dem Bereich oberhalb von 1200. Ich glaube, der Schlusskurs war hier im Bereich 12.206 oder 12.207 und wir sind zwischenzeitlich hier, ich glaube, es war von Mittwoch zu Donnerstag Nacht, haben doch tatsächlich den Bereich 11.070 nach unten durchstoßen und wir können gleich nochmal schauen. Ich glaube, hier der Unterstützungsbereich um die 11.060, also über 40 Punkte, wurde hier kurzzeitig auf der Unterseite angelaufen, was natürlich sehr, sehr schön ist für diejenigen, die hier abwärts unterwegs waren, vielleicht mit Take Profits oder mit Trailing Stops arbeiten, die konnten hier natürlich schöne Trades mitnehmen. Ich bin aktuell im Gold etwas defensiver unterwegs, habe es zwar auch mal auf der Abwärtsseite versucht, auch einen kleinen Gewinn mitnehmen können, aber grundsätzlich leider nicht diese sehr, sehr schöne Abwärtsbewegung, die Gold zeigt. Aber was ich jetzt schlussendlich mal in diesem Wochenchart hier zeigen möchte, ist, dass diese aktuell laufende Abwärtsbewegung hier mit Abstand kein Extrem darstellt. Wir hatten in der Vergangenheit ähnliche Abwärtstendenzen immer wieder und viele, die jetzt hier auf kleinerer Zeitebene sich das Gold anschauen und sagen, boah, das muss doch jetzt mal drehen. Wir haben das eben auch im Livestream des Öfteren thematisiert und viele sagen, ja, und Gold ist schon so weit gelaufen und Gold muss doch jetzt mal drehen und immer wieder irgendwo Unterstützungen als jetzt endgültigen Umdrehpunkt sehen und ich immer sage, seid vorsichtig damit. Und wenn man sich das jetzt hier auf dem großen Bild, dafür machen wir das ja auch am Wochenende, immer mal so die ganze Geschichte anschaut, dann sehen wir, dass wir grundsätzlich auch in der Vergangenheit immer mal schöne Abwärtsbewegungen hatten, die dann auch sehr, sehr sauber liefen und vor allem hier 2012, 2013, was da im Gold passiert ist. Momentum ohne Ende, Abwärtspush ohne Ende, Bewegungen auf der Abwärtsseite wirklich mit grundsätzlich sehr, sehr schönen Bewegungen. Hier dann eben auch immer wieder Abwärtstendenzen, die dann natürlich irgendwann, nur dieses irgendwann kann eben irgendwann eintreten. Wir hatten schöne Abwärtstendenzen, was natürlich jetzt hier auch weiter dazu führen kann, dass eben Gold weiter nach unten läuft. Und irgendwann kommen natürlich, aber das ist eben kein Muss, das ist nicht in Stein gemeißelt. Es kommt natürlich je nach Marktsituation auch irgendwann mal eine Erholung. Hier auch kam zwischenzeitlich, dann kamen mal Erholungen, ja, aber ob die jetzt stattfinden oder ob die 30 Dollar tiefer stattfinden oder 50 Dollar tiefer stattfinden und dann mal eine Erholung kommt, das wissen wir nicht. Somit sollte man erst die Erholung handeln, wenn man sie sieht. Und wenn ich das hier aktuell nicht sehe, wir sind zwar jetzt aktuell an einem Bereich, wo man mal vorsichtig, ähnlich wie im Euro-S-Dollar, auch durchaus mal vorsichtig auf der Aufwärtsseite versuchen kann, aber grundsätzlich sollte man nach wie vor Vorsicht walten lassen und nicht einen Long-Tritt nach dem anderen hier reinjagen und sich dann wundern, dass eben diese Gold, diese Long-Tritts einfach schlussendlich nicht funktionieren. Und warum nicht? Weil wir in einem sauberen Abwärtstrend sind. Und wir sehen, dass wir hier, wie gesagt, diesen 60er-Bereich, das war in einer Nachtsession mal angelaufen haben, dann auch relativ zügig der Markt wieder in Richtung 70, 75 hoch lief. Schlussendlich sogar im 84er-Bereich hier seinen Schlusskurs fand am Freitagabend, in der Freitagnacht. Und jetzt hier natürlich es auch mal sein können, dadurch, dass eben die vergangenen Handelstage sehr, sehr stark movend waren auf der Abwärtsseite, dass hier natürlich erstmal so ein bisschen Erholung stattfinden kann. Und diese Erholung kann durchaus, wir hatten das auch in der vergangenen Handelswoche eingezeichnet, hier diese kleine Seitwärts-Schiebezone im Bereich 12,16 bis 12,6, 12,7 runter, dass jetzt hier dieser Schiebezonen-Bereich, wir hatten auch hier oben nochmal so eine Schiebezone, also wir sind ja quasi von Schiebezone in Schiebezone erstmal gerutscht. Und jetzt kam wieder ein bisschen Momentum, dass jetzt Gold hier eben natürlich in dieses Ausbruchsniveau auch mal eine durchaus realistische Chance hat, zurückzulaufen. Ich denke, dass wir hier ein Reaktionspotenzial haben, was eben durchaus auch gerade für Swing-Trader, falls wir mal sehen, oder auch für uns im Daytrading gegebenenfalls interessant ist, hier für eventuelle Short-Setups. Auch der Bereich vorher schon 94, der sehr, sehr wichtig war, wo der Markt sich hier einen kompletten Tag gehalten hat in diesem Niveau, bevor er dann doch wieder Momentum auf der Abwärtsseite ankam. Also auch dieser Bereich ist hier interessant für eventuelle Short-Überlegungen. Durchaus denkbar und hier dieses Widerstandsniveau auch durchaus denkbar für die Abwärtsseite. Wer jetzt allerdings eben unbedingt Gold auch mal auf der Aufwärtsseite handeln möchte, der hat natürlich jetzt mit den zwei Punkten, die ich hier eben genannt habe, wo es erstmal auch denkbar ist, nochmal die Abwärtsseite prozyklisch zu versuchen, was schlussendlich wir in der Vergangenheit immer wieder gemacht haben. Ja, und irgendwann, nur wann, das weiß ich nicht, das wisst ihr nicht, das kann keiner sagen, irgendwann kommt natürlich eine etwas schärfere Erholung. Aber, wie gesagt, ich kann es nur immer wieder sagen, man darf nicht, wir können natürlich jetzt den Punkt erreicht haben, wir können 20 Dollar tiefer den Punkt erreicht haben, wir hätten ihn hier erreicht haben können, wir hätten ihn hier erreicht haben können, wir hätten ihn hier erreicht haben können. Also, in einem Abwärtstrend ist natürlich irgendwann mal die Zeit gekommen, dass der Markt ein wenig zur Ruhe kommt, dass der Markt sich erholt. Solange einem das aber nicht gezeigt wird, sollte man weiterhin, wenn man prozyklisch handelt oder generell sollte man vorsichtig sein, mit diesen antizyklischen Überlegungen jetzt immer den Punkt zu denken, wo der Markt drehen kann, dann doch lieber, was ich hier rot eingezeichnet habe, erst mal prozyklisch handeln. Und wenn ich merke, dass diese prozyklischen Ideen einfach nicht mehr hinhauen, wie bestimmte wichtige charttechnische Bereiche nach oben durchstoßen, ja dann kann man doch immer noch eben dann, wenn wirklich eine etwas stärkere Erholung, die durchaus auch mal in den 30er, 40er Bereich wieder laufen kann, weil das wäre jetzt übergeordnet nach oben, gar kein Ding, dann kann man immer noch die Longseite handeln. Ja, also seid ihr so wie gesagt so ein bisschen vorsichtig und auf kleinerer Zeitebene, ja das ist jetzt übergeordnet, aber auf kleinerer Zeitebene mit dem Gedanken, wir sind antizyklisch unterwegs, kann man natürlich hier auch mal vorsichtig jetzt so kleine Longüberlegungen im Daytrading, im Swingtrading, wie gesagt, würde ich das nicht machen, aber im Daytrading kann man natürlich jetzt auch mal versuchen, zum einen in Richtung 94 zu handeln oder eben auch in Richtung dieses Ausbruchsniveaus hier, was in etwa der Bereich 12006 ist. Das kann man versuchen, das sind immerhin aus dem 84er Bereich hier über 20 Dollar, die der Markt realistisch pushen könnte auf der Aufwärtsseite, was natürlich für das Daytrading sehr, sehr interessante Bewegungen schon wieder sind, aber mir persönlich ist es eigentlich fast lieber, diese Aufwärtsmoves abzuwarten, um dann entsprechend an den entsprechenden Widerständen halt prozyklisch zu handeln. Und erst wenn das nicht mehr so richtig funktioniert und dann diese Bereiche eventuell sogar mit Stärke überrannt werden, dann ist das eben ein Zeichen, okay, hier ist scheinbar jetzt Stärke in dem Markt, ich habe einen von vielen, vielen negativen Trades oder vielleicht auch zwei hintereinander, drei hintereinander von sowieso 50% negativen Trades um die Gusche bekommen und muss dann einfach fürs Gold vielleicht mal so ein bisschen entweder generell defensiver werden oder vielleicht sogar mal auf die Aufwärtsseite von der Kerntendenz her switchen. Und somit hier nach wie vor erstmal kernmäßig die Abwärtsseite. Es ist nicht auszuschließen, dass wir weitere Bewegungstheets ausbauen. Wir haben das eben auch für den ganz, ganz großen Bild uns angeschaut. Und erst wenn hier der Markt ganz klar zeigt, und das wird sich dann vielleicht über die komplette Handelswoche zeigen, wenn wir hier vielleicht so ein bisschen so eine Seitwärtsphase aufbauen, so ein bisschen so eine Schiebezone, ja, dann ist das oft auch ein Zeichen, dass wir hier vielleicht so ein bisschen den Boden finden und erst wenn so eine Schiebezone dann nach oben verlassen wird, dann fangen wir an, eben vielleicht die Longseite zu handeln. Ja, also meistens hat man ja nicht hier so eine V-Formation. Der Markt geht runter und schießt dann irgendwie ohne Wenn und Aber hier wieder 100 Dollar nach oben. Das hat man ja meistens nicht. Meistens zeigt der Markt das ganz in Ruhe, ganz behäbig und dann kann man immer noch entsprechend reagieren. Das soll es von meiner Seite gewesen sein, hier für die Handelswoche. Jetzt muss ich nochmal kurz auf meinen Zettel schauen. Handelswoche 34. Ich wünsche euch Good Trades und Mega Trading. Wir hören uns täglich natürlich in den Livestreams DAX Longer Short, US Opening Bell, wo wir dann das detailliertere Bild uns nochmal anschauen. Bis dahin, euch Good Trades und Mega Trading, euer Markus Klebe. Bye, bye und ciao!